so hallo wir machen weiter bei hyrule warriors wir kümmern uns jetzt mal ganz fix wieder um die exil verschwänze die wir hier brauchen da brauchen wir noch sechs blaue und zwei gelbe da mache ich mal fix hier einfach eine kleine mission an das ist vielleicht etwas blöde mission dafür kriegen wir nicht leichtere mission bitte soll ich die die hat auch so wobei ach komm mach mal die fix mach mal die fix das war die wo man am ende auch noch mal gegen den fluch kämpft glaube ich oder was eine andere bin ich jetzt blöd keine ahnung wir werden es gleich sehen wir werden es gleich sehen welche mission das war für die blauen exil verschwänze weiß ich jedenfalls eine mission die passend ist die haben wir letztes mal lang genug gesucht wenn ich letztes mal aber halt in einem der letzten parts ach das war diesen ganzen ja ja der war meins ich glaube hinox gibt es ja auch denn wir brauchen ja auch noch hinox urkunden brauchen wir ja alles noch glaube ich glaube hinoxe gab es hier auch am ende bin mir nicht mehr sicher oder fällt mir eine mission ein die wir mit der wir sehr schnell hinox kram bekommen ja mir fällt gerade eine mission ein mit der wir sehr schnell hinox kram bekommen es gab eine mission da hat man gegen zwei hinox hintereinander gekämpft und das war's die ging sehr schnell und da bekommen wir hinox kram das ist sehr gut ja stimmt die machen wir die machen wir danach gleich wenn ich glück habe gibt es hier der mission auch noch feuer äh feuer sage ich schon elektro pyro marcus oder so kram aber war eins dabei da war schon einer von denen die ich brauche gelbe exil verschwanz jawoll sehr schön der moblin verfolgt link okay verfolgt mich mal kollege habe ich nichts dagegen ich bin ich ja nicht die kiste raus gibt keine kiste na gut dann hat keine kiste hier in die mitte muss ich rein da ist party habe ich gehört da gibt es ganz viele gelbe exil verschwänze jawoll aber ich glaube ich habe sie schon voll da ich glaube ich habe die schon die ich alle brauche immer mal weiter oh das war schon okay na der hat mir jetzt auch energie a blitz hat der hat mir auch blitz magie gegeben das ist natürlich auch cool sehr praktisch und hier man glaube ich jetzt noch zwei oder einer ein hinox genau abflug so damit sollten die gelben exil verschwänze schon voll sein noch die blauen feiern noch die blauen ich Ich mach mal kurz den hier raus, weil da fehlt nur der Stein, dann zeigt es den nicht mehr an. Was haben wir jetzt eigentlich im Sensor alles drin? Nur das haben wir drin. Okay, also wir dürften jetzt wirklich nur Missionen anzeigen, wo es Exalfor-Schwänze gibt, blaue. Vielleicht gibt es ja noch eine andere, die schnell geht. Spezialtraining, Feuereis, Blitz, eher nicht. Mission der Zoras, eher nicht. Stellungskampf, das klingt doch ganz vernünftig. Dies scheint schnell zu gehen. Die scheint schnell zu gehen, nehmen wir die. Vielleicht kriegen wir, wir brauchen ja auch noch die blöden Octorok, ne? Die Octorok brauchen wir ja auch noch für irgendeinen, oder haben wir das schon, weiß jetzt gar nicht mehr, gerade. Doch, die Octorok haben wir, ich erinnere mich. Da bin ich extra in die Octorok-Mission. Ah, wir brauchen die, die, die kleinen, äh, die kleinen Steinfiecher brauchen wir noch. Ich überlege gerade, in welcher Mission die hauptsächlich vertreten waren. Irgendeine kleine Mission, mir fällt gerade nur, wir fangen gerade nur große ein. Ja, finden wir schon noch. Finden wir schon noch. So, äh, für was bin ich jetzt hier rein? Für blaue Exalfos-Schwänze, ne? Mal gucken, ob wir es sie kriegen. Aber ich glaube, Hinoxen müssten hier eh auch vorkommen, also das passt schon. Ich glaube, hier haben wir auch wieder alles mögliche drin. Das sind auf jeden Fall rote Exalfos. Das sind blaue Exalfos, oder? Die schießen zumindest Eis, das könnte blaues sein. Oder die schießen immer Eis, weiß ich jetzt nicht, ist ja auch egal. Alter, kick mich nicht, du Kollege. So, weg mit dir. Bisher nix von den Schwänzen bekommen, die ich gesucht habe. Aber was soll's. Vielleicht kommen die ja noch. Wir werden sehen. Oh, schön, viele Rubine. Aua. Ne, das sind alles, glaube ich, normale Exalfos. Ich bin mir nicht sicher. Was haben wir hier für Exalfos in der Richtung? Ah, das sind nur Moblins. Ne, das sind keine Moblins, das sind Boblins. Okay, ne, wir müssen runter. Hier oben ist nichts Spannendes mehr. Gehen wir runter und gucken, was wir da so finden. Irgendwie keine blauen Exalfos-Schwänze. Ich bin hier in die richtige Mission reingegangen. Man weiß es nicht so genau. Ah, das war gar nicht die Mission. Ach, blaue Leune noch. Okay, 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 okay. Ist in Ordnung. Der Leune möchte auch noch auf die Mütze bekommen. Zelda rennt schon mal vor zum Leunen. Moin! Wee! 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 Und tschüss. Ja gut, ich glaube Exalfos-Schwänze habe ich jetzt nicht bekommen, was ich wollte, ne? Aber wir haben eine Mission gespielt. Ich glaube, wir gehen einfach in die Mission, die wir schon kennen. Die dauert zwar, äh, die dauert zwar nicht, die muss ich zwar mehrmals spielen, wollte ich damit sagen. Aber was soll's. Gehen wir in die Mission rein. Es erscheint mir sinnvoller. Es erscheint mir deutlich sinnvoller. Oder habe ich jetzt auch nur eine Mission zu nehmen. Aber das ist ja nicht mehr. Und da ist ja nicht mehr, wie das ist. Oder habe ich jetzt auch nur einen Schwanz bekommen? Wir fehlen jetzt noch fünf. Okay. Oh, guck mal, das hier geht jetzt. Ah, weil wir den Hinox besiegt haben. Sehr gut. Oh, jetzt geht auch das hier. Nice, jetzt haben wir die ganze... Yo, Alter! Alter, wir kriegen einfach... Massig Diamanten. Willst du mich veralbern? Das ist ja insane. Was will ich mit dem... Also, jetzt könnte ich so viele Diamanten verkaufen im Moment. Was ist bei dem gerade das Teure? Ist gar nicht... Hä, ist gar nichts angegeben. Okay. Egal. Ich dachte, wenn die gelb sind, haben die gerade irgendein Angebot, aber ist dann gar nicht der Fall. Dachte, so wäre das, aber irgendwie ist das nicht so. Ah, der hat zum Beispiel ein Angebot bei Fleisch. Oh. Interesting. So, ähm... Was wollte ich? Ich wollte, ich wollte Exalfos. Blaue Exalfos-Schwänze. Genau, hier wäre das eine Sache. Das muss ich mit Rivali spielen. Nee. Nee. Nee, das dauert all. Das sind alles so doofe Missionen. Ja, dann machen wir halt wieder die. Machen wir halt wieder die und vielleicht haben wir ja Glück und kriegen es gleich im ersten Ablauf hin. Wir werden es sehen. Ah, ich hätte jetzt so ein Essen einsetzen können. Quest-Items plus irgendwie so und so viel Prozent. Das gäbe es ja auch als Möglichkeit. Ich erinnere mich. Aber Alter, so viele Diamanten. Die sind doch safe zum Verkaufen gedacht. Also für was sind die denn sonst noch da? Klar, ein bisschen braucht man es ja auch, um Sachen freizuschalten. Aber wenn ich jetzt mal 50 Diamanten verkaufe, ich habe jetzt über 100. Ich habe weit über 100 Diamanten jetzt. Das ist doch insane. Also damit kann ich doch jeden Charakter jetzt auf Level 100 einfach hochleveln. Ah, nice. Stimmt, hier kriegen wir ja am Anfang Eis. Richtig. So kann ich mein Eis auch wieder hochleveln. Sehr gut. Gib mir das. Gib mir die Aufladungen. Fantastico. Komm schon. Zumindest einen Exile-Verschwanz. Bisher kein Glück. Oh, wow. Bisher überhaupt kein Glück. Oh, come on. Ja, einer war dabei. Einen haben wir schon mal. So, gehen wir nicht auf den Keks, Kollege. Hier noch irgendwas. Nö. Nö. Zwei von drei, äh, zwei von fünf. Drei bleiben übrig. Oh, perfekt. Nochmal kombinieren. Plus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Na komm, diese Ladezeiten. Nee, so. Gibt es jetzt irgendeine Magie, die wir aktuell nicht aufgeladen haben? Habe ich irgendwas verpasst? Äh, hier muss ich gucken. Ja, Blitz ist noch nicht richtig voll, okay. Nur ein bisschen. Dann müssen wir Blitzeimer einfach vollständigen. Und jetzt hoffen wir auf drei Schwänze. Gönnspiel, gönn. Spiel gönnt nicht. Einer ist da. Einer ist schon mal da. Sehr gut. Einer ist besser als keiner. Aber zwei wären besser als einer. Das sieht nicht gut aus. Na gut. Na gut, einer mehr. Einer mehr. Was soll's. Ha-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Come on. Ein letztes Mal hoffentlich. Ich brauche doch nur noch zwei Stück. Ich brauche nur noch zwei Stück. ja einer ist da sehr gut noch einen dann haben wir es da ist er perfekt das war's sehr schön optimal gut runter zum upgraden dann erledigen wir kurz zwei hinox wie viel fehlen uns ich glaube wir brauchen drei urkunden aber wir brauchen hinox herzen ja auch noch eine schäse das war der hier ja hinox herz fünf und drei urkunden also drei besiegen und hoffen dass sie jeweils herzen noch droppen ich muss also fünf besiegen mindestens scheiße naja was sonst so die hinoxe waren in irgendeinem von diesen urwald dinge da genau schritte des giganten richtig das ist mein hinox kampf da will ich rein das sind zwei stück gewesen knapp hintereinander das war eine schnelle mission die sollte ganz gut sein um hinoxe zu farmen eine andere fällt mit auf die stelle nicht ein wo ich so schnell hinoxe bekomme ist das laden wieder schneller länger als die mission aber was soll's ich hoffe sie können auch hier noch herz ich hoffe sie können auch hier noch herz Ah, da muss ich dann, okay, äh, da muss ich dann wirklich das Essen mal einsetzen. Das Essen, dass man schneller die Quest-Items bekommt. Sonst wird es nix. Ah, das ist sogar ein Zornhinox gewesen. Oh, das wusste ich gar nicht mehr. So, wir hoffen mal, dass da ein Hinox-Herz mit dabei ist. Nein, ein Fußnabel. Das ist nicht, was ich gesucht habe. Naja. Vielleicht ja jetzt. Kommt, gern Herz, gern Herz, gern Herz, gern Herz, gern Herz. Oh, er gönnt gar nix. Stabil. Doch, da war ein Herz dabei. Habe ich gar nicht gelesen. Wann kam das denn? Okay. Sehr schön. Sehr schön. Da gehen wir gleich nochmal rein. Dann haben wir die Urkunden schon mal voll. Und dann müssen wir noch irgendwie an die Herzen rankommen. Wo gab es denn noch Hinox? Gab es irgendwo mehr Hinox hintereinander? Irgendwie so? Ich gucke gleich mal die Missionen durch. Vielleicht gab es irgendwo noch mehr Hinox. So. Wow. Okay. 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 So, jetzt hier noch. Ah, komm schon. ich drücke doch ich habe ich habe ich habe auf ich war auf dem bogen das war es komplett oh nein die zelt ist die alte ich kann nicht mehr reden und tschüss okay wieder voll ich habe doch gerade erst verkauft ja da war auch wieder ein herz dabei sehr schön fehlen noch drei herzen wenn ich richtig gerechnet habe gezählt er so was wird hier ach die ishiroke richtig da fehlen die ishiroke da fehlen die hinox herzen drei stück jetzt noch so ich setze das mal hier drauf und dann gucken wir mal was es anzeigt das hier zeigt es zum beispiel an eis spezialtraining schwer acht stimmt das ist auch eis ist auch ein eis hinox dabei da könnte auch wenn ich glück habe ein glazi rock dabei sein mit ishiroke vorher wir gucken mal rein ob ich glück habe wir gucken mal rein ob ich glück habe das wäre ganz cool wenn der ishiroke bei dem glazi rock davor wären könnten wir die mitnehmen vielleicht habe ich aber auch pech wir werden es sehen ach ach lad halt nicht immer so ewig ich werde müde aber wir starten direkt beim hinox finde ich gut ohne da kommt kein da kommt überhaupt kein ane da kommt neun und dann kommt der fluch richtig das ist ja nur eine hinox da habe ich dann wahrscheinlich eher pech und nicht naja wenn der kein herz droppt habe bekomme ich kein herz ja dann war das auf jeden fall die falsche mission naja das war jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll aber vielleicht haben wir glück und bekommen ja ein hinox herz war dabei stabil dann waren wir zumindest nicht umsonst in der mission drin ist ja auch was wert ich wollte eigentlich ausweichen aber ist egal dann halt so und der fluch noch dann 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 So langsam. Wie immer. So. So. Nicht so gut. Aber ich bin da halb einschlafe, ey. Es ist furchtbar. So, weg mit dir. Also zwei Hinox-Herzen noch. Zwei Hinox-Herzen noch. Zwei Hinox-Herzen noch. Zwei Hinox-Herzen noch. Welche Missionen gab es noch mit Hinox? Möglichst nicht nur einer. Möglichst mehrere. Das wäre cool. Also hier leuchtet alles. Eskorte für eine... Nee, Eskorte ist stumm. Ah, nee, das ist... Das ist Dings-Mission. Äh, das ist eine große Mission. Feuer-Spezial-Training-Mittel. Nee. Verteidige die Akala-Festung. Nee, die war, glaube ich, ein bisschen länger, die Mission. Stärker als je zuvor. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht nach mehreren Hinox schon mal aus. Da gehen wir rein. Da waren auf jeden Fall mindestens zwei Hinox-Arten aufgetragen. Wenn ich Glück habe... Oh Mist, ich bin auf dem Kabel drauf. Ah, sche... Ich hasse das. Alter, scheiß Dreckstuhl da. So. Lad schneller. Grrrr. Danke. Ja, nice. Wir starten direkt bei den beiden Hinox. Perfekt, Hiko. Ja, dann sind es die zwei Hinox und der Leune. Optimal. Und es sind auch noch sehr einfach zu besiegen die Hinox. Die Mission ist noch besser als die, die wir im Wald hatten. Weil die halt viel schneller geht. Kein Zorn-Hinox. Einfach, einfach drauf. Komm, gib mir, gib mir, gönn mir Herz. Ja! Perfekt. Und du gönnst mir auch noch Herz und dann sind wir happy. Okay, alles klar. Cool. Da ist der blaue Leune. Interessiert kein Mensch. Interessiert nur das Hinox-Herz. Hinox-Herz. Ui. Au. Hinox-Herz. Ach komm schon, ernsthaft jetzt? Das ist doch nicht fair. Ach, ich hasse es. Darf ich einschlafen? Ich will die blöde Einox-Mission jetzt noch weg haben. Und die Eichirock-Mission am liebsten auch noch. Aber das Problem ist... Wir sind schon bei 40 Minuten. Ach man, warum hat er keine zwei Herzen gegönnt? Das ist doch scheiße. Also nochmal... Ah... Wehe, die gönnen jetzt beide kein Herz. Wenn die jetzt beide kein Herz gönnen... reiße ich es ihnen per Hand raus. Und das ist doch... Und das ist doch... Das ist doch... auf geht's es sind kisten was ist da so drin energie und rupine oder sind noch mehr kisten es sind überall kisten es sind alles nur rupine ich meine jetzt haben wir genug zeug wieder sind wir wieder erst mal voll den moment nervt mich halten jetzt so weg mit dir das hat noch nicht mal gereicht ja da ist ein herz dabei so brauchen wir das und mach dich weg jetzt natürlich ist jetzt zwei natürlich kommen jetzt zwei herzen ist klar jetzt wo ich sie nur brauche ach ist das zum kotzen warum nicht vorhin warum nicht vorhin ach man ich hasse das immer noch mach dich doch einfach weg ich besiege dich doch eh können wir es nicht einfach abkürzen danke schön dass du kooperierst so dann holen wir uns das upgrade in der ecke damit dürfte dann auch die region fertig sein wieder ne mit jedem upgrade schließen jetzt ja die regionen auch ab also mit fast jedem upgrade ok wir haben zweimal erhöhter verkaufswert wo sind die dinger da und hier dann kann man die auch gleich verkaufen sehr heiß sehr heiß sehr heiß da komm ja ich bin unterwegs und damit ist hebra fertig sensationell 50 saffir alles klar und den stern kann man auch auslösen gibt es 50 fische tja das war eine reife leistung und irgendwas zum anziehen schneestiefel ok gut ähm dann kümmern wir uns nächstes mal um die ischi rock unter anderem danke fürs zuschauen und tschüss und kümmern wir uns pause wir gehen